Abbildungen im New England Journal, wir sehen hier eine Großzehe, ziemlich vermatscht. 52-jähriger Mann, der hat schon eigentlich schon mehrere Monate Probleme mit dieser Zehe. Dann letztendlich hat Pferd draufgetreten oder sowas und kommt zu einer Ambulanz und man guckt sich das ein. Und was ist dies? Na, Gicht kann es nicht sein, falsches Gelenk. Da würden wir ein Metatarsal-Gelenk erwarten, nicht Großzehe. Dass da ein Hämatome ist, glaube ich gerne, aber das ist nicht die Pointe. Neurofibrome können tatsächlich auch unter dem Zehennagel existieren, aber wäre nicht sehr spannend. Eine Exostose ist dies auch nicht. Und wenn wir uns das angucken, wie weiß es denn dieses schwarze Material hier? Könnte vielleicht Dreck sein, aber wenn wir keine Ahnung haben, sollten wir immer die schlimmste Diagnose auswählen. Und das ist natürlich der Melanom. Und nächste Woche werden wir mehr über dieses Krankheitsbild erfahren. Gicht erwarten wir hier. Das ist ein Hämatom. Das ist ein Neurofibrom. Und hier ist eine Exostose. Diese Sachen sehen natürlich ganz anders aus. Erste Thema im New England Journal geht es um die Behandlung von Typ 1 Diabetes. Und das machen wir seit 1921 mit Insulin. Jetzt ist die Frage, können wir ein System entwickeln, wo eine Pumpe das Insulin vorantreibt und wir einen ständigen Sensor haben, der Blutzucker andauert misst und diese Pumpe dann auch kontrolliert. Das wäre ein verschlossenes System, eine wirklich künstliche Bauchspeicheldrüse. So ein Gerät hatten wir in Indianapolis, wo ich vor 30 Jahren gearbeitet habe. Aber das System war eigentlich größer als der Durchschnittspatient. Und jetzt kann man das natürlich viel eleganter machen. Und dann trägt der Patient einen Sensor. Das wird dann abgespielt auf dem Handy. Und dieses Handy ist in der Lage, die Pumpe zu betreiben. Und hat ein elegantes, verschlossenes System. Obwohl, hat immer noch ein paar Probleme. Probleme ist übertrieben. Man muss die Menge an Kohlenhydraten, die man gegessen hat, in das System eingeben. Also der Patient muss noch irgendwas machen. Aber in dieser Studie, die wir uns angucken, wurde so ein geschlossenes System verglichen mit einem anderen sehr guten State-of-the-Art-System, wo man einen ständigen Sensor hat, der andauernd Blutzucker misst. Aber die Insulinpumpe muss der Patient dann selber betreiben, rauf und runter. Beide sind eigentlich gut. Man könnte vielleicht vermuten, vielleicht ist die geschlossene Schleife vielleicht noch sogar ein bisschen besser als die offene Schleife. Wir gucken uns diese Typ-1-Diabetiker an. Und unterschiedliche Altersgruppen, junge Leute sind natürlich stark vertreten. Diabetes schon seit Jahren. Und wenn wir uns diese Patienten angucken, das sind eigentlich Professorenfälle. Weil sie alle schon eine Pumpe haben und haben einen HB1-C von unter 8. 7,6 in beiden Gruppen. Dies sind vorzüglich behandelte Patienten. Und wenn wir uns dann angucken, wie viel Geld diese Familie verdienen und ob sie versichert sind. Dies ist USA. Und diese Patienten sind beinahe alle versichert. Und zwei Drittel der Patienten kommen aus dem Haushalt, wo mehr als 100.000 Dollar pro Jahr verdient. Also dies sind super Patienten. Also die wurden dann randomisiert, geschlossen oder offen. Gucken wir uns das an. Und tatsächlich das geschlossene System, bisschen eleganter. Die Unterschiede hier sind nicht wahnsinnig groß. Aber immerhin. Primärer Endergebnis. Perfekte Glucosekontrolle war besser. In der geschlossenen Schleifengruppe 71% waren die im Zielbereich. Die andere Gruppe nur 59%. Ist es überhaupt nicht schlecht. Waren beide gut. Und die Glucosekontrolle, wir können uns diese Blutzuckerwerte hier angucken, wo sie dann überwiegend lagen. Sie lagen unter 180, irgendwo zwischen 120, Quatsch, irgendwo zwischen 70 und nie höher als 180. Beide Gruppen waren dann ziemlich gut, aber die geschlossene Schleifegruppe war etwas besser. Und wir geschlossene Schleife dieses Prozentzahlen im Zielbereich. Die sind im Zielbereich in über 70% und diese anderen sind im Zielbereich ungefähr 60%. Der Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen ist 11%. Das würde dann zweieinhalb Stunden pro Tag entsprechen. Nicht ein großer Unterschied. Beide sind ziemlich gut. Aber die geschlossene Schleifegruppe ist etwas besser. Gerade in den Morgenstunden, wie wir hier sehen können, im Verlauf über 24 Stunden im Rahmen dieser Studie. Glucosiliertes Hämoglobin, auch ein bisschen niedriger in der geschlossenen Schleifengruppe als in der Kontrollgruppe. Statistisch signifikant. Und der Zeitverlauf, wo der Glucosespiegel in wirklich guter Kontrolle lag, ist ein bisschen besser in der Verumgruppe als in der Kontrollgruppe. Ein Patient hat Diabetes, hat Diabetische Ketoacidose entwickelt. Der hatte zufälligerweise eine geschlossene Pumpe, aber die hat versagt. Und darum hat er Diabetes, Diabetische Ketoacidose gekriegt. Also es lag nicht am Patienten, es lag am Gerät. Und wenn wir uns das grafisch angucken, das ist ein bisschen besser als das. Der Unterschied ist 12%. Das würde dann entsprechend 2,5 Stunden pro Tag außerhalb dem gewünschten Zielbereich. Aber immerhin. Und Hypoglykämien kamen eigentlich in beiden Gruppen gar nicht vor. Aber dies sind vorzügliche Patienten, die hier randomisiert worden sind. Aber ich glaube, dieses geschlossene System, wo die Insulinpumpe von dem Handy getrieben wird, bietet einen Vorteil. Und das wird die Zukunft sein. Dann das nächste Thema ist Lungenfibrose. Idiopathische Lungenfibrose. Wir haben schon Studien uns angeguckt. Es gibt jetzt einen Tyrosinkinase-Hämmer, der einen günstigen Einfluss hat auf den Verlauf von diesem Krankheitsbild. Wichtig kann idiopathisch sein, aber kann auch im Rahmen von Sklerodermie und Collagenosen unterschiedlichen Arten, Lupus Arthematodes, kann Folge von bestimmten Medikamenten manchmal sein. Oder Folge von Vergiftungen wie NO2 in Massenmengen, Silo-Fillers-Disease nennt man das. Und auch andere Zustände. Und das kann man heutzutage am günstigsten zusätzlich zu Lungenfunktionstests. Hier ist die forcierte Vitalkapazität am meisten bei allen beträchtigt. Aber man kann im CT heute wunderbare, für die Patienten nicht, aber für die Untersucher, sensitive Bilder machen, die man sonst in einem üblichen Röntgenbild so nicht sehen würde. Nintedanib heißt dieses Präparat. Und das hemmt eine ganze Reihe an Theosinkinase, die VEGF vermitteln oder Wachstumsfaktoren oder wahrscheinlich für diesen Zweck am wichtigsten Platelet-derived-growth-factor PDGF-Rezeptor. Das ist auch ein Theosinkinase-Rezeptor, wird durch dieses Präparat blockiert. Und eine ganze Reihe von Patienten sind hier rekrutiert worden mit diesem Zustand. Und die sind randomisiert worden zu Nintedanib im Vergleich zu Placebo. Endpunkt hier ist der Verlauf von forcierte Vitalkapazität. Und ein anderer Endpunkt hat mit Lebensqualität zu tun. Wie ging es diesen Patienten denn eigentlich? Nämlich das ist ja letztendlich das Entscheidende. Ob die Patienten sich wohler fühlen oder nicht. Und was wir hier sehen können in dieser Tabelle, wenn wir uns andere Abbildungen im Moment angucken, sah es so aus, dass der primäre Endpunkt, Verlauf von der forcierten Vitalkapazität in der Tat, besser erhalten blieb bei den behandelnden Patienten im Vergleich zu den Placebo-Patienten. Aber die Lebensqualität war leider nicht unterschiedlich. Und wir können uns das so angucken, die gesamte Bevölkerung oder die Bevölkerung, die ein bestimmtes interstitielles Muster im CT hatte. Hier ist die Kontrollgruppe, die ist abgefallen über diesen Verlauf von einem Jahr. Bei einer 200 Milliliter an forcierten Vitalkapazität und die Gruppe mit diesem Tyrosin-Kinase-Hämmer ist kaum abgefallen, obwohl die auch ein bisschen abgefallen ist. Man würde denken, dass diese Patienten hier fahren besser als diese Patienten. Aber was wir sehen, ist, dass in Bezug auf Lebensqualität konnten die Patienten keinen Unterschied spüren. Und Nebenwirkungen hatten sie in rauen Mengen. Überwiegend Diarrhoe, Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust und so weiter, waren häufiger in der Währung-Gruppe als in der Placebo-Gruppe. Aber was wir sehen, ist, dass mehr Leute sind in der Placebo-Gruppe gestorben als in der Währung-Gruppe. Aber natürlich sind die Zahlen hier zu klein, um eine statistische Auswertung machen zu können. So sieht es so aus, als würde diese Therapie tatsächlich bei diesem schrecklichen Krankheitsbild, wo man keine Behandlungsmöglichkeiten sonst hat, den Patienten helfen. Leider haben die Patienten es nicht gemerkt. Die haben nur die Nebenwirkungen verspürt. Nächstes Thema geht es um die akute myologische Leukämie, die Guido-Westerwelle von zum Beispiel. Dies ist eine akute Leukämie, die im höheren Lebensalter stattfindet. Ungefähr so alt wie ich bin, ist die Spitze. Und wenn man sich den peripheren Blutabstrich und sich anguckt, dann sieht man diese Blasten und das sind Nukleolen hier. Und das ist nicht normal. Hier sind die Erythrozyten, die Dinger sind auch ziemlich groß. Und unterschiedliche Mutationen gehen mit diesem Krankheitsbild einher. Was ich eigentlich nicht wusste, ist, 30% dieser Patienten haben eine Mutation in FLT3, das zu einer Überaktivität von FLT3 führt. FEMS-like tyrosine kinase. FEMS-ähnliche Tyrosin-Kinase. Und was ist FEMS? Diese Tyrosin-Kinase ist eigentlich ein Proto-Orkogen, das erst bei Katzen entdeckt worden ist. Feline-Muscle-Sarcoma, FEMS. Und diese armen Kassen kriegen ein Sarcomen und da ist dieses Proto-Orkogen gefunden worden. Und Menschen haben das auch. Und so nennt man das FEMS-like tyrosine kinase. Unterschiedliche Gruppen von diesen Enzymen. Und dieses hier spielt eine Rolle bei blutbildenden Zellen. und FLT3 ist aktiviert, häufig aktiviert bei Patienten mit AML. Und wir haben jetzt einen Hämmer für FLT3, Gliteritinib. Und die Patienten hier mit akuten myologischen Leukämie sind zu der üblichen Behandlung, werden wir auch gleich sehen, was das ist, randomisiert oder zu diesem Hämmer für FLT3. Und alle Patienten hatten diese Mutationen. Und zwei Drittel der Patienten mit AML kommen gar nicht für diese Behandlung in Frage, weil deren FLT3 noch in Ordnung ist. Also wir haben hier eine Lebenserwartung von 9,3 Monate im Vergleich zu 5,6. Also dies ist keine Heilung, aber das war höchst statistisch signifikant zugunsten dieses Enzymhämmers. Und hier sind die Patienten. Es geht hier um ältere Patienten. Und die Hälfte sind Frauen. Und Risikoskala bezüglich aller anderen Mutationen, die sie haben und was sie sonst schon bekommen haben. Anthrozyklinbehandlung ist Standard hier bei dieser Krankheit. Können wir uns angucken. Und die hatten alle irgendeine Mutation in FLT3, das zu einer Aktivierung führt von dieser Therosin-Kinase. Und hier sehen wir Gesamtüberleben. Das ist ein tödliches Krankheitsbild. Leider, wie hier zu erkennen ist, aber die Enzym-Hämmer-Gruppe ist besser gefahren als die gewöhnliche Chemotherapie. Und das ist hier auch zu entnehmen in diesem Forest-Plot von diesen unterschiedlichen Untergruppen. Nebenwirkungen, ja. Und ich meine, dieses ist ein tödliches Krankheitsbild. Die Leute haben alle Nebenwirkungen. Ohne Rücksicht auf die Behandlung. Aber eines, was auffällt, ist diese Leberenzyme, Anstieg von Arlat und Anstieg von der alkalischen Phosphatase hier in der Erwerbung-Gruppe im Vergleich zu Placebo. Also vielleicht bietet diese Behandlung diesen armen Patienten noch einen zusätzlichen Vorteil. Das nächste Thema. Das Burnout. Burnout. Ich glaube, ich bin bald soweit. Nein, Sie kriegen keinen Burnout. Das ist gut. Absolut nicht. Aber das ist ein anderes anderes. Burnout-Therapeutin. Ich weiß, darum habe ich es auch noch nicht gekriegt. Das wissen wir ja alles. Also dies ist eigentlich kein Witz. Und wenn Leute am Arbeitsplatz gequält werden oder die Belastung so ist, dass sie nicht damit fertig werden oder wenn ihre Vorgesetzten nicht ihnen Unterstützung bieten, dann entwickeln sie Gleichgültigkeit, Zynismus, Distanz, Reizbarkeit, Anspannung und Antriebsschwäche. Ich glaube, das wissen wir. Aber dieses kommt natürlich häufig vor bei Leuten, die in einer ärztlichen Ausbildung sind, Assistenten. Und ich finde diese Studie bemerkenswert und erstaunlich. Es stellt sich raus, dass in den USA sind die Ausbildungsprogramme nicht an Personen gebunden. Die sind an Krankenhäusern, Lehrstätten gebunden. Und die Assistenten werden regelmäßig geprüft, um zu sehen, was sie gelernt haben. Und während dieser Prüfung kann man ja den Bitten einen Fragebogen ausfüllen. Und dies sind alle chirurgischen Assistenten, Assistentinnen und Assistenten in den USA. Keine Programme sind hier ausgenommen. Und die Ausbildungsprogramme ist natürlich eine Katastrophe, wenn das nicht weiter genehmigt wird und man keine Assistenten im Krankenhaus hat. Das ist die Bedrohung. Hier ist das anders. Und ich glaube, die Assistenten werden nicht regelmäßig geprüft, um zu sehen, was sie gelernt haben. Und ob es ihnen gefällt oder nicht, fragt wahrscheinlich auch keiner. Weil das Krankenhaus oder die Universität oder was auch immer die Lehrstätte ist, nicht dafür verantwortlich ist. Die haben keine Verantwortung. Das wird an irgendeinen Chef abgegeben. Und der kann machen, was sie oder er will. Also hier sind die Leute 4.400 männliche Assistenten und 3.000 weibliche Assistenten. Das ist noch nicht ganz die Hälfte Frauen. Ein bisschen anders als die Verteilung von Medizinstudenten ins Allgemeinen. Aber wie wir hier erkennen können, in den USA wird es viele weibliche Chirurgen, auch Chirurginnen, auch geben. Und wir können uns die angucken. Männer, Frauen, wie weit sie in ihrer Ausbeutbildung sind. In den USA ist das ein 5-Jahres-Programm. Ob sie verheiratet sind oder erledigt sind oder wie groß die Programme sind und ob es in der Uni, Academic ist Uni, Kommunalkrankenhaus, städliches Krankenhaus, Militär oder weiß es nicht. Und wo sie sind in den USA, ist hier auch die Verteilung, haben es hier auch gegeben. Und Sie können sich diese Tabellen angucken. Und ich glaube, das sollten Sie tun. Nämlich 30% dieser Assistenten, Assistentinnen und Assistenten hatten den Eindruck, sie würden belästigt. Und dann kann man sich fragen, von wem denn? von Oberärzten, 30%, aber nur 30%, von anderen Leuten in der Ausbildung, schon 15%, also das sind die Kumpels und die Kumpelinnen im selben Programm. Und dann Assistenten, die behelligt werden von Patienten selber oder von deren Familien. Also die Quellen von der Quälerei sind unterschiedlich. Was auch eindrucksvoll ist, besonders für Deutsche, die sich ja das angucken, ist, da dürfen die Assistenten nicht länger als 80 Stunden pro Woche arbeiten. Ich glaube, bei uns es ist 49 Verhältnisse, von denen die nur träumen können. Und trotz dieser Regel und die Strafen dafür, wenn man das nicht nachvollzieht, sind ziemlich erheblich. Und ein Krankenhaus kann seine ganze Ermächtigung verlieren. Aber das kam vor, ich meine manchmal Weihnachten oder irgendwas, kommt es halt vor. Aber 21% oder 30% bei Männern und Frauen und das kann man sich auch mal angucken. Und das ist hier auch grafisch gezeigt, ob sie erschöpft sind oder Depersonalisierung verspüren oder als insgesamt Burnout ist hier angegeben. Also ich glaube, braucht man sich nicht darüber lustig machen, das ist nicht komisch. Dies ist eine mutige Studie und etwas ähnliches hätte ich gerne hier auch mal gesehen. Nämlich, wir wollen nicht haben, dass die Leute sich umbringen und dass sie nicht am Beruf Freude haben haben und schlecht behandelt werden. Wollen wir nicht haben. Jetzt die Übersichtsarbeit. Es geht um Schizophrenie, wo die Betroffenen abgespalten sind von Realität und meistens Halluzinationen sind natürlich häufig und dies sind überwiegend nicht visuell, sondern auditorisch. die höheren Stimmen, die ihnen Befehle geben etc. Und so weiter. Und die Muster, die man hier sieht, sind Ihnen bekannt vom Studium. Es fängt meistens bei Jüngeren, schon im Teenager-Alter oder bei Jüngeren Menschen an. Der genetische Einfluss ist erheblich, aber dies ist eine Einschätzung von Zwilling-Studien in Ein-Eigen- und Zweigen-Zwillingen und die überschätzen wahrscheinlich die genetische Varianz, wie ich das verstehe. Dass hier Dopaminerge Abläufe eine Rolle spielen, ist bekannt. Da kann es um die Rezeptoren gehen oder um Dopamin selber. Spielt hier eine erhebliche Rolle. Und die Kriterien, um die Diagnose festzustellen, sind hier gegeben. Und das wird von psychiatrischen Gesellschaften dann beurteilt oder vorgegeben. Und die kann man sich angucken, sodass man das lernen kann, sodass Allgemeinerste das auch erkennen können. Die Behandlung kann schon sehen, in welchem Alter ich bin. Einzige, was ich erkannt habe, ist Haloperidol. Aber die anderen Sachen, die ich gelernt habe, sind gar nicht mehr auf der Liste. Aber Haloperidol ist noch da, hat mich gefreut. Und mit diesen anderen Präparaten habe ich keine persönliche Erfahrung. Aber Sie können sich das angucken. Nämlich die Nebenwirkungen sind noch da. Was mich auch sehr gefreut hat, ist, dass der Autor hier betont hat, Cannabis spielt hier keine Rolle und macht den Zustand nur schlechter. im Vergleich zu was vielleicht in der Bild Zeitung stehen würde. Und andere Sachen, die man hier in der Behandlung mit einschließen sollte, sind in dieser Tabelle aufgegeben. Und die Nebenwirkungen, die tardive Dyskinesie und die Bewegungsstörung, die die Patienten kriegen, wenn sie langfristig diese Medikamenten nehmen, sind bekannt und die sollte man erkennen können. Gewichtszunahme kennen wir auch. Also guter Übersicht über dieses Thema. Dann diese Patientin von letzter Woche mit der Ratte. Hier sind lauter Details gegeben. Leider haben wir nicht erfahren, was mit der Ratte passiert ist. Da ging es wahrscheinlich auch schlecht. Und dann so ein Urin haben wir tatsächlich in unserer Klinik auch gesehen. Und dies ist nicht von irgendeinem Material, was der Patient geschluckt hat. Dies ist eine Folge von Infektionskrankheiten, Harnwegsinfekte, Klebsiella in diesem Beispiel. So was kann auch vorkommen bei Proteus oder bei Escherichia Coli und so weiter. Und hier geht es, können Sie alle diese Details hier lesen, es geht um eine Wechselwirkung zwischen dem Mikrobiom und das Biom in der Blase, das man nicht haben will. Kann so eine wunderschöne Farbe hier verursachen. Dann der Patient von dieser Woche. Dies ist eigentlich ziemlich eindrucksvoll. 16-jähriger Junge kriegt Gelbsucht und geht zum Doktor und wird untersucht und beim 16-jährigen die unterschiedlichen Formen von Hepatitis kennen wir und die toxischen Leberreaktionen kennen wir auch und das Morbus Wilson vorkommen kann und nicht erkannt wird kennen wir auch. Aber was bei diesem Patienten auffällt ist, der hat 700 Leukozyten und ein Fünftel so viele Plättchen wie er haben sollte. Und das ist nicht eine Begleiterscheinung von der üblichen Lebererkrankung. So muss man auch an andere Sachen denken und im Blutabstrich wie es im Text steht waren da auch atypische Lymphozyten. Da kann man nur beten dass es Epstein-Barr-Virus sein könnte aber das war nicht der Fall weil heterophile Antikörper nicht vorhanden waren. Diese sämtlichen Tests für Hepatitis und so weiter waren natürlich negativ. So wird dieser Patient weiter untersucht und dieser Leber-Ultraschall hat weitergeholfen man hat gedacht an irgendwelche Infektionskrankheiten außer Epstein-Barr dies ist nicht Borrelien könnte vielleicht Leptospirose sein aber das wurde hier nicht diskutiert und was wir hier lernen wird auch alles diskutiert Toxine erbliche Erkrankungen Infektionen aber letztendlich ist es wahrscheinlich dass dieser Patient Krebserkrankung hat und dann kommt akute lymphatische Leukämie ist hier im Vorgrund peripherer Blutabstrich können wir das erkennen und im Knochenmark sieht man das auch und eine genetische Analyse Mutationen die hier vorkommen die Breakpoint Cluster Region Abelson Mutation würden wir nicht erwarten bei dieser Krankheit obwohl das vorkommen kann bei ALL das war aber nicht vorhanden dann werden jetzt Faxanalysen gemacht um zu sehen wie viele abnormale Leukozyten da sind und das sind die roten und die gelben und das waren viele und welche Oberflächenmarker die exprimieren ist hier auch gegeben dann muss der behandelnde Hämatologe sich überlegen wie kann ich diese Krankheit angehen im Rahmen von im Prinzip Leberversagen Bilirubin war ja 8 und dann muss man die Standardtherapie für die akute Leukämie dann anders konstruieren und so fing der Hämatologe an mit Prednisone alleine vor Anthrozykline angewendet worden sind und Asparigenase gegeben worden ist und Windchristin und es hat eine lange Zeit gedauert bei dieser Leukämie die eine schlechte Prognose hat bis eine Remission erzielt worden ist und muss mal sehen wie das wird jetzt im Lancet geht es um Ordenklappen Ersatz und wir haben ja viel über dieses Thema schon geredet und man wahrscheinlich ist die Standardbehandlung jetzt TAVI oder Transkatheter Ordenklappen Implantation TAVI jetzt wie diese Abläufe sind kriegt man diesen schicken Katheter über die Ordenklappe dann wird das Gerät reingeschoben und dann wird die Ordenklappe aufgeblasen so dass sie dann richtig sitzt und dass die Koronarsinus Apparate noch so funktioniert dass Herzdurchblutung noch stattfindet etc. Das haben wir schon mehrfach diskutiert Jetzt gibt es eine Klappe die von selber aufgeht selbst expandierende Klappe Ich weiß nicht wie das funktioniert Ich konnte auch kein Bild davon finden genau wie das funktioniert Da müssen wir zum Herzkatheter Labor gehen und uns das mal zeigen lassen Nämlich diese neue Klappe Akurat Neo ist verglichen mit der alten Klappe Sapiens 3 Und wie wir erwarten ist die Hypothese dass die neue Klappe nicht schlechter ist als die alte Und dass es an vielen Patienten mit schwerer Artenstenose in dieser Studie gemacht worden ist ist die neue Klappe nicht schlechter als die alte Und hier sind die Patienten die sind im Durchschnitt über 80 Jahre alt Männer und Frauen beide vertreten und die haben schon viele Probleme wie hier angegeben ist aber die Randomisierung hat geklappt und die haben klappende Öffnungsfläche von die stark eingeschränkt ist und der Umfang ist auch also die haben schwerer Artenstenose können sie mir glauben und dann die technischen Aspekte von in beiden Gruppen war auch nicht signifikant unterschiedlich mit manchen Ausnahmen und das hat mit der Notwendigkeit einer Prädilatation das war bei der Akkurat Neo häufiger der Fall als bei der Sapiens 3 und sonst Narkose war das gleiche wie viel Kontrastmittel angewendet worden ist sah auch besser aus mit der alten Klappe als mit der neuen und Zeitverlauf war auch bei der alten Klappe besser als bei der neuen und die neue Klappe ist hier gelandet und um nicht schlechter zu sein müsste sie eigentlich auf dieser gestrichelten Linie liegen das war nicht der Fall so konnte man und aber diese Forest Auswertung sieht so ziemlich ähnlich aus mit paar Ausnahmen aber man konnte nicht zeigen dass die neue Klappe nicht schlechter ist als die alte Klappe so sollten wir vielleicht bei der alten Klappe bleiben war es da aber der Gradient über die Klappe war ein bisschen weniger mit der neuen Klappe im Vergleich zu der alten vor allem das der Fall sein sollte kann ich nicht aber der Gradient mit der alten Klappe war 12 Millimeter anstatt 8 und die Öffnungsareale war ein bisschen besser mit der neuen Klappe als mit der alten aber trotzdem das Ergebnis hier ist die Sapiens 3 und hier geht es um Ordeninsuffizienz nach dem Prozederer und hier hat die alte Klappe sieht so aus als Nein gar keine als hätte die alte Klappe hier gewonnen dann das nächste Thema fand ich auch spannend es geht um die Nahe die Nahe die Nahe Infrarots Spektroskopie Nahe Infrarots Spektroskopie keine Ahnung aber Details können Sie selber hier angucken und mit dieser Spektroskopie und das Gerät ist Ultraschall getrieben kann man in die Koronarien reingehen und diese Plugs auswerten wie viel der Lipid enthalt ist und wie flüssig das Zeug ist also dieses Ultraschall Gerät so ein Ultraschall Katheter das diese Spektroskopie ausführt und dann kann man ob die Plugs fibrotisch sind dann werden sie nicht platzen wenn sie voll mit lauter flüssigen pumpigen Material sind dann können sie platzen und hier am Rückzug Pullback werden die Plugs dann ausgewertet und was hier gemacht worden ist ist bei Patienten die Koronar Infall die ihre Culprate Lesion Täter Lesion behandelt bekommen haben dann sind die sämtlichen anderen Plugs die sie hatten ausgewertet worden mit dieser Ultraschall spektroskopischen Analyse um zu sehen ob sie fettreiche Plugs hatten LRP Lipid Rich Plax und dann ist auch die Größe dieser Plugs ausgewertet worden und dann hat man diese Leute beobachtet um zu sehen ob diese späteren Plugs irgendwann geplatzt haben im Vergleich zu Plugs die fibrotisch waren so hier kann man 5000 Leute haben sie untersucht und dann haben wie groß diese fettreichen Plugs waren und ob sie groß oder klein waren oder ob sie Plugs fibrotisch waren dann würde man denken sie hätten kein Risiko zu platzen die Firma hat das unterstützt das ist auch richtig so und hier sind die Patienten und Schwergradigkeit der Koronalsklerose und ob sie ST-Streckenhebungsinfarkt hatten und LDL Chalesterin HDL die wurden eigentlich sonst ganz gut behandelt und was wir hier sehen ist man hat dann ausgewertet ob Major Adverse Cardiac Events ob irgendein ungünstiges kardiales Ereignis wie ein Herzinfarkt zum Beispiel aufgetretenes Ja oder Nein und kommt drauf an wo die Plugs waren und wie große waren nämlich wir uns das angucken die kleinen und die großen die großen platzen häufiger als Skalen sind ja unterschiedlich so sieht es so aus dass man könnte mit dieser Methode die Plugs auswählen die vielleicht gleich repariert werden sollen auch wenn sie noch keine Stenose machen fand ich interessant dann nächstes Thema es geht um Nasen Polypen bei Menschen die allergische Rhenitis haben und dies ist eine ziemlich schlimme Sache man kann sich schon vorstellen dass durch diesen Nasenloch ist der Gasaustausch minimal im Vergleich zu dem anderen und diese Leute haben hohen Leidensdruck landen häufig in der HNO und dann werden diese Dinger dann operiert und das ist auch unangenehm jetzt es gibt ein Antikörper um solche allergischen Abläufe zu bremsen und dieser Antikörper haben wir schon angeguckt bei Menschen mit Psoriasis etc und dieser Antikörper heißt Dupilumab und Dupilumab bremst die Alpha Untereinheit von dem IL4 Rezeptor und auch die Alpha Untereinheit von dem IL13 Rezeptor das ist ziemlich flott da kann man die beiden gleichzeitig hemmen so dass man einen Doppelgewinn kriegt in der Behandlung von allergischen Krankheiten so hat man diese Leute mit diesen schrecklichen Polypen randomisiert zu diesem Antikörper oder üblicher Behandlung um zu sehen wie es dann abläuft und die Antikörper sind gegeben worden entweder für sechs Monate oder zwölf Monate und das muss natürlich gespritzt werden jede zwei Wochen oder jede vier Wochen wenn man es dann im Griff hat so wurde das gegeben und siehe da Nasen Polypen Skala genau was das bedeutet weiß ich nicht aber das sah viel besser aus in dieser Gruppe als in der und dann wenn die Behandlung gestopft wird dann kommen die Polypen wieder aber wenn man die Behandlung weiter durchzieht dann sieht man dass diese Polypen dann die bleiben ziemlich weg bei den beiden behandelten Gruppen im Vergleich zu der Placebo Gruppe und dann die Leute die operiert werden müssen oder eine hoch dosierte Steroid Behandlung bekommen müssen bei der Antikörper Gruppe viel weniger als in der Placebo Gruppe kann man diesen Patienten vielleicht noch etwas vernünftiges bieten anstatt ständig operiert zu werden jetzt die Übersichts Artikel ich bin nicht der Experte für dieses aber man muss sich diese Sachen angucken so dass man sich vorstellen kann was auf uns zukommt und es geht natürlich um Drogen es braucht und dieses Mal geht es vom Opioate und Cannabis besprochen dieses Mal geht es um Stimulantien das heißt Kokain und Amphetamine dieses wirklich grauenvoll wir fangen an mit Kokain und die Kokser sind im Dunkeln und die Grauen sind Leute die sich nicht geäußert haben was die über 4 Milliarden Menschen betrifft aber das heißt nicht dass sie nicht diese Sachen anwenden Dunkelrot sind die Leute die am meisten hier Prävalenz Kokain zu sich nehmen aber hier in Europa sind wir auch nicht gerade jetzt unschuldig obwohl wir ein bisschen besser abschneiden als unsere Brexit Freunde und auch die Australier und Amphetamine nicht besser genauso schlimm kann man sich nicht vorstellen was die Leute machen und dann jetzt ist das ausgedrückt pro 100.000 Bevölkerung okay kann man so machen sieht aber nicht günstiger aus und diese furchtbar und unterschiedliche Erdteile sind hier mit eingeschlossen aber ich finde es grässlich ohne Rücksicht auf wo man auf dem Planeten ist und die Folgen Stroke Schlaganfall Myokard Infarkt dass man HIV Hepatitis C Geschlechtserkrankungen dass man sich sonst irgendwie umbringt oder dass man Morbus Parkinson entwickelt aber wir wissen das ja alles und dann kann man sich diesen Detail angucken aber ich finde es sehr deprimierend und das scheint wenig was man dagegen tun kann dann was jetzt auf uns zukommt mit neuen Präparaten nämlich die werden andauernd wird mehr von diesen Sachen entwickelt habe darüber keine Ahnung aber ich habe es mir angeguckt und MDMA und das wird dann in irgendwelchen Laboratorien zusammengekocht und den jungen Leuten angeboten und das wird von 2004 bis 2018 ist der Ablauf hier nicht ermutigend und das wird dann hier alles diskutiert und dann kann man Anwendungen in der adulten Bevölkerung Deutschland sieht hier nicht blendend aus und unsere Cousins und Cousinen in der Schweiz und Österreich sind sogar ein bisschen schlechter aber es ist alles traurig ah das ist ja die Schweizer sind ganz die Hauptküchen die Hauptküchen ja die machen das meins diese synthetischen Drogen und hier Anwendung bei Anwendung bei jungen Menschen und dunkelblau unsere Freunde hier gegenüber auf der anderen Seite der Oder schneiden die auch nicht gut ab und also dieses deprimierend und man muss sich dies angucken kriegt man einen Schreck und das Tendenz steigend traurig und noch trauriger ist dieser Patient es geht um Wirbelsäulentyberkulose das es eigentlich nicht mehr geben sollte das wurde beschrieben im 18. Jahrhundert von Sir Percival Pot und heißt Potts Morbus Pot und was wir hier sehen da wird der Wirbelkörper wird hier zerstört es geht eigentlich nicht um die Platten hier es geht um den Wirbelkörper selber dass der kollabiert und das dauert über Monate und dann werden diese kriegen diese Leute noch Parese weil Rügenmark gequetscht wird dies ist kaum zu fassen vierjähriger Junge dessen Oma Tuberkulose hat und das war bekannt kriegt Fieber Nachschweiß Schweiß hustet ganze Theater über drei Monate bis er letztendlich paretisch wird wird eine Diagnose durchgeführt und hat MTB und hier ist seine Bildgebung da ist diese Läsion genau wie Sir Percival Pot das beschrieben hat und ist halt paretisch kann nicht mehr laufen und das hätte alles vermieden werden können hat auch hier im Röntgenbild Anzeichen für Tuberkulose ist behandelt worden aber das sowas ist nicht rückläufig traurig das war's für diese Woche herzlichen Dank dass Sie dabei waren und nächste Woche geht es dann weiter aber kann sagen heute das Deutsche haben Ihnen länger als das Englisch und da wollen jetzt los so gut genau